Eine Packung Little Kings von Abu ist angekommen. Sicher werden sich nun einige von euch wundern, ich wurde schon mehrmals gefragt, ob ich diese Windel testen kann. Zum Beispiel in unserer WhatsApp-Gruppe für Windelträger. Dort habe ich immer geantwortet, dass die Little Kings viel zu teuer ist. Eine Packung mit nur 10 Stück kostet 35,95 Euro, sodass man für eine einzelne Windel rund 4 Euro bezahlt. Die Windel machte auf mich keinen besonderen Eindruck, mit dem sich ein so hoher Preis rechtfertigen ließ. Und das ist leider keine neue Strategie von Abu, sie haben schon bei der Peak Abu die Preise kräftig erhöht, sodass man dort überdurchschnittliche Preise für eine durchschnittliche Windel bezahlt. Schon das finde ich dreist. Es gibt so viele gute bis sehr gute Windeln, die viel weniger als 4 Euro pro Stück kosten. Deswegen ist meine Meinung dazu, ich werde solche Windeln nicht mehr testen, solange sie derart teuer sind. Aber warum steht dann trotzdem eine Packung hier bei mir? An meiner Meinung hat sich nichts geändert und auch die Preise sind nicht vernünftiger geworden, wie ihr eben gesehen habt. Allerdings hat sich ein Zuschauer, mit dem ich schon länger schreibe, bereit erklärt, bei der Finanzierung zu unterstützen. Lucas Offline heißt er auf YouTube, Grüße und nochmal ein Danke gehen raus an der Stelle. Er ist ein Fan von der Windel und ich habe ein Paket bestellt, sodass dem Praxistest nichts im Wege steht. Ich werde sie so testen wie die anderen auch und beim Preis natürlich den gängigen Marktpreis nehmen, zu dem man sie derzeit in den ABDL-Windel-Shops kaufen kann. Ich möchte das an dieser Stelle erwähnen, damit ihr versteht, wie dieser Sinneswandel, so sieht es wahrscheinlich aus, entstanden ist. Unabhängig davon, wie gut oder schlecht sie im Praxistest abschneidet, ist mir klar, Windeln zu tragen ist generell nicht so günstig. Selbst wenn man die preiswerteren nimmt, summiert sich das. Dazu kommt, dass durch die ganzen Krisen vieles teurer wurde. Wer davor schon nicht so viel Geld hatte, wird sich zweimal überlegen, ob und wie viele Windeln man sich noch leisten kann. Es wird natürlich weiterhin verschiedene Tests geben, bei denen auch günstigere Windeln ausprobiert werden. Ich kann auch mal eine Topliste der günstigsten ABDL-Windeln machen. Falls das euch interessiert, schreibt es mal in die Kommentare. Ich bin jedenfalls gespannt, wie die Little Kings im Praxistest abschneidet. Die Beschreibung hat mich wie gesagt nicht vom Hocker gehauen. Aber man sieht trotz ihres hohen Preises immer mal wieder. In der Nische der Windeln mit Kottenoberfläche ist sie sicherlich recht weit oben, es war ja auch eine der ersten und lange Zeit die einige aus diesem Bereich. Eine Kottenwindel hatte ich bereits im Test, die hat mich nicht überzeugt. Das lag aber weniger am Außenmaterial, sie hatte nur zwei statt vier Kleber, das hat den Sitz deutlich verschlechtert. Daher wäre es schon mal interessant zu sehen, was am Hype um die Little Kings dran ist und wie gut Windeln mit Karten abschneiden, wenn sie zwei Kleber haben. Bei den normalen Folienwindeln ist das ja üblich und man merkt, dass der Sitz sich mit vier Klebern einfach besser steuern lässt, als nur mit zwei. Wir sind halt deutlich größer als Babys oder Kleinkinder, bei denen zwei Kleber ausreichen. Wie ist dein Eindruck zur Little Kings? Schreibe es gerne in die Kommentare. Wer schreiben möchte, der kann auch in die Chatgruppen kommen. Neben mir sind dort noch weitere Menschen, die Windeln tragen möchten oder müssen. Die Einladungslinks stehen in der Videobeschreibung oder dem ersten Kommentar. Ich hoffe, ihr bleibt trocken, bis bald!